Achtung, Achtung, mal wieder ein mehr. Oder weniger sinnloser wie Lok. Ja, in dem Fall ist er wohl eher weniger sinnlos. Denn ich hab einiges mit euch zu klären. Ja, aber nicht mit den Fäusten, sondern mit den Worten. Und zwar, was haltet ihr von einem FAQ? Heißt, ihr stellt mir Fragen und ich beantworte die. Das würde dann bedeuten, ich schreibe gerade niemanden an. Das würde dann bedeuten, ihr schickt mir entweder Fragen, keine Ahnung, so viele ihr wollt, in PNs bei YouTube. Ja, Kommentar, da würde ich die Fragen lieber nicht lesen. Also am besten in der PN. Oder was noch viel besser wäre, wenn ihr so ein Audiospur halt aufnehmt, wo ihr das so fragt, dann könnte ich das alles hintereinander in das Video, was ich dann hochladen werde, schneiden. Ja, das hätten wir. Dann noch, soll ich Musik hinter die Vlogs legen? Jetzt habe ich so einen kleinen Beat hinter dem Vlog. Ja, nur damit, dass es ein bisschen stimmungsvoller ist. Was haltet ihr davon? Die zweite Frage. Und ja, dann wollte ich euch nochmal über den Stand der Let's Plays, der aktuellen Let's Plays informieren. Ja, Pro Evolution Soccer sind jetzt zwei Parts online. Ähm, ja, und ich habe schon alle Spiele aufgenommen. Ich muss die aber noch kommentieren und dann hochladen. Nur das kleine Problem bei PES ist, dass die Parts relativ groß sind. Also der letzte war irgendwie zwei Gigabyte. Und das dauert dann schon den ganzen Tag bei mir, weil ich auch nicht das schnellste Internet habe. Aber ich werde versuchen, das alles noch hochzuladen, schnellstmöglich. Mal sehen. Metal Slug, habe ich ja jetzt neulich erst angefangen. Ist schon fertig aufgenommen, auch mit Kommentaren natürlich. Man muss sich jetzt noch hochladen. Ich lade das im Moment reihenweise hoch und schalte das dann nacheinander frei. Das habe ich auch bei den Metal of Honor Parts gemacht. Aber da habe ich jetzt noch einen oben. Ähm, oben und den Rest muss ich jetzt wieder aufnehmen. Das wird dann natürlich auch alles weitergemacht. Und ja, ich bin irgendwie im Moment süchtig nach Abonnentenaktion. Ich mache wahrscheinlich am nächsten Mittwoch, besser gesagt jetzt den Mittwoch, so ein, ich weiß noch nicht, ob es ein Let's Play Together wird oder einfach nur nochmal so ein bisschen Coop spielen in Bring. Mal gucken, wie wir es da regeln, ob das klappt und so weiter. Müssen wir mal gucken. Und ja, so Abonnentenaktion stelle ich mir vor. Ich will ja den Fußballmanager 12 abonnieren. Abonnieren, genau. Let's Play. Und da könnte ich dann zum Beispiel die Mitarbeiter von dem Verein nach euch benennen. Und ja, ein Livestream werde ich gerne mal versuchen. Würde ich gerne mal versuchen. Nur das Blöde ist, ich hatte das schon mal probiert und selber mal geguckt, wie das denn so aussieht mit der Qualität und so weiter. Und die Qualität war unter aller Sau. Also man konnte nicht wirklich was erkennen. Und man hat meine Stimme nicht gehört. Das fand ich auch komisch. Ja, und es war alles ein bisschen verzögert, aber ich denke mal, das ist nicht so das größte Problem, da meine Stimme dann ja auch verzögert ist. Wäre gut, wenn sich da einer auskennt und sich dann in den Kommentaren mal zu Wort meldet. Ja, und sonst, wenn einer Bock hat, mit mir mal Battlefield Play for Free zu spielen, dann kann er mich gerne adden. Ich werde dann meinen Namen, äh, werde ich meinen Namen in die Beschreibung schreiben. Oder in die Kommentare, mal gucken. Und da muss er halt nur in den Kommentaren oder per PM schreiben, ja, ich heiße so und so in dem Spiel und dann können wir zusammen zocken. Mit mehreren Abonnenten wird es wohl nicht gehen, weil, äh, ja, die Server sind immer schon von Grund auf sehr voll. Und einen privaten Server, nee, ist mir zu teuer. Ja, das war's dann auch erstmal. Let's show von Minecraft, werde ich jetzt auch bald hochladen. Also, spitzt die Ohren und tschüss.